Ja, ich muss ja zugeben, dass ich das erste Spiel von Mann habe. Ja, warum auch immer. Aber wie gesagt, Schatz, lass mich auch ein bisschen im Rücken fallen. Jetzt geht es darum, wir werfen jeweils fünf Körbe. Und wir werden mal schauen, wer der besser ist. Ich fange mal rein. Herr Rottelmann, lassen Sie mich erst mal rein. Ich will jetzt nicht die erste Sache, was das war. Ich habe damals in der fünften Klasse der Bronze gewonnen. Warte mal. Juckt mich heute ohne, ich weiß nicht, ist ja nicht so. Was ist denn gut, Mann? An Erfahrung. Ich guck sogar was dabei. Sie haben keinen einzigen Fett. Sie haben nichts. Ich wette, da kostet nicht mal jemand, der das sie sieht. Da muss ich überhaupt was sagen. Kommen wir mal zur Richtung. Kommen wir mal. Peter? Warst du, weil du wirst zu werden? Ja, naja. Fünf, fünf Wurzel. Mal abdrechnen. Jetzt können Sie ja auch noch machen. So, jetzt kommen wir mal. Warten wir mal. Hier fahren wir mal so gut. Warte mal. Hier ist los. Jetzt können wir mal hype unter. Ich krieg Morehead. Aus. In derPHOT ste delt. LeORA gibt's Daher aus, okay. Da ist das sehr gut. Sehr gut, eigentlich nicht so gut. Ja dann. Beós. Jetzt ist daskehrt. No, jetzt würde ich mich nicht NPief Doktor. Das habe ich so gemacht, damit sie noch ein bisschen Spannung hier rein kriegen. So. Oh, schrecklich. 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 Was passiert jetzt? Ich bin der Schreck. Ja, ja, ja. Du kennst dich in meinem Gegenwort nicht. Ich bin der Schreck. Schrecklich. Das war ein bisschen. Ich bin der Schreck. Schrecklich. 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 Oh, meine Schreck. Ich bin der Mann, der hat den den Schreck. Ja, ich bin der Schreck. Gerne, aber extrem. Ich bin der Schreck. Ich bin der Schreck. Dieser Schreck. Kann ich da sein? Was passiert jetzt? Danke. Danke. Das war ich. Ich bin der Schreck. Dann ist das jetzt so zwölflich. Ja, jetzt hab ich gut, jetzt komm mal, jetzt wieder da und verkaufst. Ja, 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 ja. Einmal. Ab jetzt eine Abweichung. Ich bin jetzt die Karte. Ich bin jetzt die Karte. Wuuuuh. Du hast einen Karte oder? Ja. Ja, noch die Karte. Hey, cool! Komm mal! Komm! 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 Wollen wir mal zu schaffen, was wir jetzt nehmen? Das ist ein Wunderweil! Woo! 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 Wie ist das? Was ist das? Let's go! Das ist Pасть weg! Fürinst du? Weitere Söder Truth, oder? Ja! Oh Mann, lassen Sie es einfach! Warte mal, das war's! Scheiße! Scheiße! Wir haben mich jetzt nicht zurückgehalten, das war's. Wie viel hab ich noch? Ehe, mit einem Schloss. Haben Sie gebrochen? Ja! Und was hab ich? Na ja, ich bin größer. Hat der Geber am Lacken sehen wollen wir aber nicht. Weil du warst, weil du hast mir neben dir geblieben. Was hat der Vorhinein in die ganze Zeit? Ehe, das war's, oder? Zeig! Mensch! Kannst du noch mal die Anwälte jetzt in der Klasse? Ach, ich bin schon gut. Hör doch mal, dein Herzlösen, dann hat's die Bummschüsse. Das war alles von der Ablegung, ich hab jetzt vergessen, jetzt was ja. Einmal das noch! Ach, ich kann das nicht schon mal. Acht, acht, acht! Ja, stell sie sich mal runter, wenn das nicht am Kopf ging, als das nicht mehr geht. Dann ist doch da hinten hoch! Mein Mann kann da nicht vorher haben, geht es nicht mehr. Das ist doch noch nicht mehr. Alles gut! Beide, ja! Eins, eins! Und ich wette mit Ihnen! Ich gebe Ihnen die Challenge! Ich auch! Zu euch! Das jetzige, was sie gewinnen, ist die Köln. Gehaltserhege. Gehaltserhege.